Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914, hier wieder aus dem Osmanischen Reich. Der Krieg gegen Frankreich ist beendet, der Krieg gegen Spanien ist beendet, der Krieg gegen Portugal ist beendet und der Krieg gegen Italien ist in vollem Gang. Wir sind hier dabei jetzt gerade Neapel zu bombardieren, haben Rom erobert, Florenz, Bologna, Venedig, Mailand, Turin und sind dabei auch Genua zu bombardieren. Das heißt also, auch Italien ist nur noch eine kurze Frage der Zeit, bis es erledigt ist. Dann haben wir hier noch ein paar Trüppchens zur Verfügung, die wir uns noch mitnehmen können, um uns hier hinten mal ein bisschen aufzustellen, ein bisschen zu sammeln. So, komm, im Lauf. Tja, und dann ist halt bloß noch die Frage, gegen wen wird hier Krieg geführt nachher, entweder Schweden oder gegen Großbritannien, ansonsten reicht Sonnepunkte ja nicht, also auch Marokko selber würde nicht ganz reichen. Um die Punkte vollzukriegen, zumal ja einer von den beiden müsste dann aufhören. Das wird keiner freiwillig machen, ergo muss noch einer weg. Bleibt gar keine andere Option, bleibt gar keine andere Möglichkeit, ist halt so. Und von daher, ich vermute ganz stark, dass es Richtung Großbritannien gehen wird. Das Russische Reich hat jetzt noch ein zweites Schlachtschiff gebaut. Kann man machen, finde ich ein bisschen übertrieben in der momentanen Kriegssituation, aber okay, muss er ja selber wissen, ist mir persönlich dann ja auch ein bisschen egal. Ja, werfen wir mal einen Blick in die Zeitung. Ja, wir haben hier eine ganze Menge zerstört, ne. Wir haben die italienische Hauptstadt besetzt, haben da auch nochmal ein bisschen Taschengeld bekommen, haben dann entsprechend aufgrund der Kriege entsprechend einiges beschädigt. So, dann haben wir hier die portugiesische Hauptstadt erobert. Großbritannien führt noch ein bisschen Krieg gegen Belgien. Das wird ihm aber auf die Dauer nicht viel helfen, zumal er auch vergleichsweise viel verloren hat. Wir sehen es ja hier schon, wir gegen Portugal 0 zu 19. Gegen Italien haben wir relativ viel verloren mit 66, aber das lag daran, dass unsere Truppen hier moralisch jetzt ein bisschen, ja, aufgebraucht sind. Die bräuchten eigentlich ein bisschen Erholung. Wir bräuchten hier mal wieder eine 100% Provinz, wo wir die ganzen Truppen ein bisschen einlagern können und da dann auch, ja, uns mal, sag ich mal, ein oder zwei Tage erholen. Wir werden es vielleicht auch noch machen. Schauen wir mal, ne, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Vor allem, muss ich erst mal sehen, wo Russland hin will. Er hatte zwar Marokko angekündigt, dass er mit Schlachtschiffen kaputtbomben will. Wenn er reichen will, soll er natürlich gehen. Dann werden wir uns nach Großbritannien entwickeln. Wir sind da ja sehr flexibel und uns ist das auch ziemlich egal, ne. Von daher würde ich sagen, schauen wir morgen wieder rein. Bis dahin, tschüss und bye, bye.